Inter Mailand gegen den FC Bayern München am ersten Spieltag der Champions League Gruppenphase in der Saison 2022-23. Die Bayern starten mit einem echten Kracher in die Königsklasse, denn Inter gehört mittlerweile wieder zu den Top-Adressen in der Serie A und wir können davon ausgehen, dass man alles daran setzen wird, auch in der Champions League wieder eine feste Größe zu werden. Allerdings war in der jüngeren Vergangenheit für Inter das Abenteuer Champions League bereits früh vorbei. In den letzten fünf Jahren scheiterte man dreimal bereits in der Gruppenphase und zweimal ging es immerhin bis ins Achtelfinale. Und auch diesmal wird es wieder richtig schwer. In einer Gruppe mit Barca und Bayern muss man sich auch erstmal durchsetzen und man kann davon ausgehen, dass die Bayern in dieser Partie definitiv darauf brennen werden, die jüngeren Ergebnisse der Bundesliga vergessen zu machen. Zumindest weiß man aber aus Inter Sicht, dass sich der deutsche Rekordmeister aktuell gegen tiefstehende Gegner schwer zu tun scheint. Sollte Inter eine solche Taktik wählen, kann es dann natürlich interessant werden. Für mich sind die Bayern hier aber auf jeden Fall der klare Favorit. Wenn die Offensive der Münchner einmal ins Rollen kommt, dann wird es für jeden Gegner auf der Welt schwer, diese zu bändigen. Naja, zumindest die Bilanz zwischen den beiden Klubs ist ausgeglichen. Bei sieben Aufeinandertreffen gab es jeweils drei Siege und ein Unentschieden. Funfact am Rande, alle Bayern-Siege kamen in Auswärtsspielen zustande. Und übrigens sind die Bayern seit der letzten Niederlage gegen Inter im März 2011 gegen italienische Teams in der Champions League ungeschlagen, bei acht Siegen und zwei Unentschieden. Grundsätzlich kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass diese Partie spannend werden kann. Wenn Inter es schafft, die Schwächen der Bayern auszunutzen, denke ich, dass die Italiener nicht völlig chancenlos sind. Defensive Kompaktheit scheint da aktuell der beste Schlüssel zu sein. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber es scheint momentan besonders gut zu wirken. Allerdings muss man bedenken, dass die Bayern auch dann ihre Chancen bekommen werden. Und wenn dann die Kaltschnäuzigkeit zurückkehrt, dann machst du nix und kannst staunen. Von daher ist es auch wichtig, die wenigen Chancen eiskalt zu nutzen, die man gegen die Bayern bekommt. Fakt ist aber, dass die Bayern aktuell ein wenig angefressen und sauer sind und darüber hinaus auch was in der Champions League wieder gut zu machen haben. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass man sich bei Inter warm anziehen sollte. Denn alles in allem bin ich davon überzeugt, dass die Bayern in dieser Partie ihr gewohntes Gesicht zeigen werden und Inter das Leben zur Hölle machen. In der Simulation setzt sich der FC Bayern durch und feiert einen wichtigen Auftakt-Dreier. An der Stelle natürlich wie immer die Frage an euch. Was denkt ihr? Wie wird diese Partie ausgehen? Schreibt mir gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.